Hallo, mein Name ist Anja Wagner und ich möchte euch im Rahmen der Bildungsextase zeigen, wie man Trello als kleines Lernmanagementsystem nutzen kann, sofern man Interesse hat an agilem Lernen. Und zwar Trello ist eine Projektmanagement-Software, die man webbasiert nutzen kann, mit Projektteams kostenfrei, steht sie zur Verfügung, ist wunderbar, um damit agiles Projektmanagement durchzuführen. Und ich habe in den letzten Wochen mehrfach damit experimentiert, wie man Trello einsetzen kann für so kleine Lerngruppen, zur Organisation von Lerngruppen, zur Organisation von kleinen Kursen, von Micro-Workshops, wegen mir auch. Und das ist wunderbar zu nutzen. Man kann auch Templates erstellen, das würde ich euch gerne alles zeigen. Und so kann man Projektteams, Arbeitsgruppen auch schnell zum Erfolg führen, sodass am Schluss alle da ein zufriedenstellendes Ergebnis produziert haben. Wer da Interesse hat, das kennenzulernen, dem sei die Bildungsextase empfohlen. Dort gibt es diesen Micro-Workshop mit mir und Trello. Ich freue mich auf euch, solltet ihr es bohren. Bis dahin, bye bye.